Schwarzes Pferd, ich klicke dich an, auf der Datenautobahn. Super, ne? Was? Wo? Wie? Ja, warum? Wieso? Weshalb? Machen sich die zwei Schlangen da gegenseitig an? Also jetzt eher Richtung Suchenstreit. Ach, die Ziegen rennen mir jetzt hinterher, weil die denken, die kriegen was von meinem Brot ab. Die kriegt aber nichts von meinem Brot ab. Blöden Ziegen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich hau ab. Na super, ne Zwergausführung. Problem dabei? Das ist total toll. Böse Schlange, aus, Sitz, Platz, hui. Bauchlage, Rückenlacken. Ich sterbe. So, jetzt habe ich da einen Hacht. Moment, 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 Moment. Ich habe nämlich auch gar keinen Abfall. Alter, jetzt hör auf damit. Böses Kopion, Böses Kopion, Böses Kopion. So, ach, bitte lass das Pferd noch da sein. Bitte lass das Pferd noch da sein. Und vor allem jetzt groß sein, dass ich es zählen kann. Das ist das Wichtige. Pferdchen, 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 Pferdchen. Nicht verschwunden sein. Ja, ist ein Apfel. Tschüssi, Pferdchen. Ja. Jetzt bloß kein Creeper. Bloß kein Creeper. Das wäre jetzt die Hölle. So, juhu. Wir können gleich den ersten zossen. Und den können wir dann direkt eine reinzwirbeln. Also so eine... Ja. Braves Pferd. Das ist, ja. Das ist sehr, sehr, sehr brav. Sehr braves Pferd. Sehr braves Pferd. Stopp. Stopp. Hm. Müssen wir dann etwa den Stein noch einbauen? Nee, hier bau man nichts mehr an. Das muss dann so reichen. Und jetzt werde ich dann gleich mal zeigen, was ich beim letzten Mal nämlich falsch gemacht habe. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Man nehme... Wie... Das Herz der Dunkelheit... Äh, des Untodes. Das Herz des Untodes. Ähm. Das Herz des Untodes. Man nehme verrottetes Fleisch. Man nehme so... Einen Crafting-Tapel. Man tue das hier rein. Und man tue das verrottete Fleisch hier rein. Und man hat die Essenz des Untoten. Entschuldigung. So. Die Fische kann ich ja hoher Fisch. Ja. Kann ich dann zum Brüten nehmen. Also, nee, ich brüte damit, sondern... Das hier kann Suppe sein. Wuppe. Sag Wuppe. So, ein wenig Fleisch... Hä? Habe ich das schon wieder nicht aufgenommen? Nee, einfach nur. Greensnake. Egg. Kohle. Die Kohle verteile ich jetzt einfach hier auf die ganzen Öfen. Um Platz zu sparen. So. Ähm. Stein, Holz und Gerümpel. Das ist super. Und hier ist... Och, Mann. Mann. Neterstein. Nee, Neterstein ist hier soweit richtig. Ähm. Kies. Ja. Lass mal auch mal hier drin. Das ist... Stein, Stein. Stein? Ja, Stein. Samen kommen raus. Rote Wolle, weil ich verbrenne. Nee, durch den. Das kommt raus. Das kommt... Das kommt auch raus. Blumen. Schwarzpulver. Kommt auch ganz woanders hin. Holz. Bretter, Bretter. Toll, das war es schon wieder. Hier haben wir auch noch Kiste. Ah, nee, nee, nee. Nee. So, die Gerümpelkiste, die muss man auch, glaube ich, mal... Ach, du heilige... Nein. Was mache ich denn damit? Was mache ich denn damit? Was mache ich denn damit? Kohle lege ich erstmal dahin. Die Pfeile. Da habe ich einen Bogen. Schleimbelle. Enderperle. Äh, Redstone. Ach, fuck it. Schleimbelle. Die ganzen Tiereier. Hm. Oh, die Steine kommen auch anders hin. Schnee. Schnee? Warum habe ich Schnee? Ich packe jetzt mal überhaupt nichts hier draußen hin, weil ich pennen gehe, weil es dunkel ist. Sand. Und ich muss diese Scheibe zumachen, ey. So. Hallo. Ah, ah. Boah. Raus aus meinen... Was macht ihr denn da? Ach, das ist ein... Ach, ihr brennt auch. Schleimis. Ui. Ah, schade. Ich habe gedacht, ich kriege vielleicht noch ein untotes Herz. Und da kommt der Mr. Creeper. Boah. So. Los, komm hier rein. Im Wasser machst du nämlich keinen Schaden. Ja, ah, 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 ah. Jot. Jetzt ist hier das Skelett... Oh, Mann. Ratte, hau ab. Ah, hier ist das Skelett. Hat sich hier verabschiedet. Das ist super. Ach, jetzt hat sie mich gesehen oder was auf immer. Die Ratte. Die kleine, miese Ratte. So, ich versuche hier einfach schon mal das, was schon fertig ist. Halt, Moment. Mo, Mo, Moment. Mo, 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 Moment. Ha, ha, ha. Idee. Idee. Idee nicht durchführbar. Doch, so. Oh, toll. Idee, äh... Mangelt an, äh... Menge von... Ich hole mir dann einfach noch ein bisschen Bohnen hier. Davon haben wir ja genug. Weil, äh... Dingens und so hast du, ne, ne? Äh, weil das ja... Wo habe ich die ganzen Knochen eigentlich her? Ich glaube, aus dem Schiff. Und dann werden die die ganze Zeit noch feilen lassen. Irgendwelche Mobs aus dem Creature machen. Und dann lassen wir die ganze Zeit noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann lassen wir die ganze Zeit noch ein bisschen Bohnen hier. Schwarz und, ähm, 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 Moment. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau... Ab. Was will der? Schwarz und eins von denen. Ich glaube, das hier soll heißen... Du kommst mit. Ich kann das nicht so ganz genau erkennen irgendwie. Die Bilder sind zu klein. Und unsere Stelle füllen sich langsam. Aber sicher. Komm her. Komm her. Komm. Komm. Schrei mich nicht. Sollst mich nicht anschreien. Und du sollst da rein. Du sollst da rein. Rein, rein, rein. Mann. Mann, 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 Mann. Mit Pferden hat man es auch nie leicht. Das ist, ey. So. Den nehme ich schon gleich mal mit. Da kann ich den gleich mal noch in beiden Kürbis ins Maul stopfen. Du kriegst ein und du kriegst ein und, äh, du kommst mit. Ah ja, ich sperre mich selber ein. Dafür wird das Zebra... Nein! Dieses Gottverdammte... Ich baue das jetzt um noch zu hoch und überlege mir irgendwo einen Eingang, verdammt das. Das ist so... Dass die alle auf meine Arbeit rumtrampeln. Hör auf zu steigen! Wenn, dann steig in deine Box! Aha! So! Lieber... Liebes... Liebe... Ja, die machen die... Die lieben Tunneln... Lieben Tunneln? Die, äh... Tummeln. Liebes toll? Ja, der auch. Schön. So... Hopp! Und rein theoretisch müsste da jetzt das Pferd rauskommen, mit dem ich ein Zebra... bekommen kann. Und dann kann ich jedes Pferd damit kreuzen und das wird dann so ein Zorse, 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 wie auch immer. Und, ähm... Greensnake Egg! Juhu! Oh, das ist... Gies, Erde, das... Ach, Mann! Gies, Erde, das... Ach, Mann! Ach, Mann! Gies, Erde, das ist doch... Ach, Mann! So, gebratene Fisch, die Scheren, die gehören ja eigentlich auch überhaupt nie rein und... Das ist... Naja, das ist zum Tiere füttern. Da haben wir nochmal Samen. Ja, die kann ich dann nochmal aussähen. Hier mache ich Brot draus. Zack! Zack! Die werde ich, glaube ich, einfach nur verbrennen. Ich weiß jetzt auch nie, was ich damit soll. Hm. Fackeln kann man eigentlich immer dabei haben. Feuer, Feuer... Das Feuer... Moment, ich habe ja hier... Ich habe ja... Ich habe... Wo habe ich? Ah, das Feuer brauche ich für die Essenz of Fire. Fire. Da brauche ich aber noch so ein Herz von Nachtmahn. The Heart of Fire. Ja, das Feuerherz brauche ich noch. Ja, und dann wird das Interessante werden von diesen Bath Horses oder wie auch immer. Sollen das Fledermauspferde sein? Bad Horses? Ja, Tatsache. Fledermauspferd. Okay. Die man größtenteils nachts findet, aber halt, ähm... Aber halt... Meistens im Untergrund... Na-ja. Jetzt habe ich irgendwas wirklich geschmissen, oder? Ach nee, ich habe... Na-ja. Oh, ach, ich will nicht stören. Ich habe zu viel Plunder. Viel zu viel Plunder. Das muss... Kies kommt hier raus. Das kommt hier raus. Die Werkzeuge müssen hier eigentlich auch raus. Genauso wie die Schlangeneier und wie das hier und wie das hier und dies und jenes und das hier muss hier raus und die Federn haben wir eigentlich auch nichts zu suchen. Ach, ist das schön. Jetzt muss ich mal einen kritischen Blick werfen. Ähnelt dieses Pferd in irgendeiner... Ja. Sehr schön. Das heißt, das kleine Pferd, da müssen wir dann satteln und dann geht es gerne Süden, Norden, Osten oder Westen. Je nachdem, wo man Zebra finden. Dann kann man Zebra fangen und dann ist hier Achterbahn. Das Tor bin jetzt davon. So, ähm, ich muss mir hier... Ich will es aber noch nie... Naja, gut, okay, wenn ich einfach nur, einfach, nur, einfach nur eins hier offen lasse, wo ich drüber klettern kann, dann ist die Chance ja rein theoretisch wesentlich geringer. Oder ich mache mir hier einfach... Achso, das geht ja wieder in die Zäune und Dings verbinden sich ja nun. Ach, Mann. Ach, Mann, ach, Mann, ach, Mann, ach, Kaktus? Wieso habe ich hier einen Kaktus? Naja, egal. Die Steine gehören hier auch nicht rein. Hier gehören hier, die Bäume gehören hier rein. Das gehört hier rein. Der Redstone eigentlich auch nicht. Die Erde gehört hier nicht rein. Rosen gehören hier rein. Blumen kommen hier auch rein. Die Samen können wir schon ausbringen. Kürbiskernsamen. Achso, die kommen dann auch da mit rein. Neun Stück. So, was haben wir jetzt noch? Das muss hier wieder weg und das muss hier auch wieder weg. Das kann da drauf. Krass, warum habe ich hier Gras? Man weiß halt nie, wann man es mal brauchen kann. Klubisami. Was ist denn das? Pythonsnake Eggs. Die Flusswaben, die bleiben hier. Da sind Zebra. Sehr schön. Ich komme sofort. Das ist gut. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Aber, das ist ein Sittelnchen. Habe ich eigentlich gerade sämtliche Eier abgelegt? Eier abgelegt? Sämtliche. Es wird schon wieder dunkel. Wir schlafen erst mal schon. Sämtliche Öpfel abgelegt. Das wäre eher schlecht. Steine. Steine hier rein. Steine da rein. Ah ne. Erde mache ich ja hier auch mit rein. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Holz ist dieses hier. Die Zebras sind ganz seltsame Tiere von Geräuschen her. So. Dann backe ich mir gleich noch wieder ein paar Brote. Wenn ich ausgeschlafen bin. Hopp. 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 Das kann dann hier rein. So. Meine Wasserplosche. Ach. Na. Ist ja. Na. So. Die ganzen. Alles was hier so mit Tier zu tun hat. Ach. Guck an. Apfel brauche ich gleich. Hau ich jetzt erst mal hier rein. Das Knochenmehl werden wir jetzt einfach gleich komplett verbrauchen. Aber komplett Ico. Ich will einfach, dass das ein bisschen schneller wächst, das Pferdchen. Und jetzt. Verdammt. Verdammt. Ich habe schon wieder. Mir will das noch einfallen. Wo gab es hier immer diese ganzen Knochen? Welche Tiere haben die fallen gelassen? Verdammte Axt. Naja, egal. Das ging aber schnell. Das waren jetzt paar und 60 Dinge. Oder habe ich einfach zu viele? Habe ich jetzt. Kann ich etwa hier auf manche mehrmals drauf hieken? Oder so? Egal. Jetzt kann ich mir aber auch gleich wieder Brote machen. Und ich kann wieder mehr aussäen. Hopp. Hopp. So. Hier kann ich schon mal Wild sehen. Mit Samen um mich schmeißen. lalala Ich bin jetzt auch so, dadurch, dass das jetzt gerade alles nachher zusammen, muss ich mir dann gleich noch holen. Dadurch, dass das jetzt auch alles eigentlich ganz gut klappt mit dem MoCreatureMod, bin ich mal gespannt. Weil ich nämlich auch, ich will euch die Animation zeigen. Die ist richtig geil. Was dann jetzt gleich passiert bei dem, wenn wir uns so ein untottes Pferd züchten. Das ist, äh, wie ist es cool. Also der MoCreatureMod echt Hut ab. Das ist ein richtig toller Mod mittlerweile. Also, was jetzt mittlerweile war vorher auch schon gut, aber das wird wirklich konsequent, äh, daran weitergearbeitet, hat man so den Eindruck. Und ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht irgendwann mal ein bisschen, also generell einfach nur viel wird. Weil die ganzen Tiere ist ja ganz gut und schön, aber man merkt ja jetzt schon, die springen ja dauernd überall rum und mehren und tun und machen nie und hast nie gesehen. Das ist schon, äh, stellenweise unschön. Ist ja groß genug. Ich hab ein Seil, ich hab den Sattel und ich hab Äpfel, das ist super. Ähm, tu. Hopp. Vielen Dank.